Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Sachsen, gestern ist das alte Jahr ausgeklungen. Ich hoffe, dass Sie sagen können, es war alles in allen ein gutes Jahr. Was bleibt uns von 2013? Viele von uns werden sich an das Hochwasser im Juni erinnern. Es hat Leben und Eigentum vieler Sachsen bedroht. Und der Wiederaufbau seither kostet viel Kraft. Was aber vor allem in Erinnerung bleibt, ist die große Solidarität, mit der wir die Katastrophe gemeistert und danach angepackt haben. Es ist dieses Wir-Gefühl, das unser Sachsen Tag für Tag uns zu einer guten Heimat macht. Wir haben 2013 wichtige Entscheidungen für die Zukunft Sachsens getroffen. In unserer Verfassung steht nun ein Schuldenverbot. Unsere Kinder und Enkel werden nicht mit neuen Schulden belastet. Das ist gelebtes Miteinander der Generation. Wir reden nicht nur von Nachhaltigkeit, wir leben sie. Was heißt das für 2014? Mir ist für das neue Jahr vor allem eines wichtig. Wenn in den sächsischen Familien am frühen Morgen der Wecker klingelt, dürfen nicht die Sorgen beginnen, sondern alle sollen sich auf den Tag freuen können. Weil eine heiße Dusche, ein Marmes Essen und eine gut beleuchtete Wohnung keine Frage von Energiepreisen sind. Weil Eltern wissen, dass ihre Kinder in Kita und Schule gut behütet werden, während sie arbeiten. Weil ehrlich arbeitende Menschen von ihrem Gehalt gut leben können. Weil jeder nachts seine Ruhe findet, ohne Angst, dass am nächsten Morgen das Auto nicht mehr vor der Tür steht. Weil wir wissen, dass im Notfall in unserem Land immer der Arzt, die Polizistin oder der Feuerwehrmann zur Hilfe kommt. Und auch all jene, die zu uns kommen, weil sie Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen, sollen hier ein gutes, neues Zuhause finden. Zeigen wir ihnen, auch 2014, dass uns Toleranz und Weltoffenheit wichtig sind. Gerechtigkeit, Sicherheit, Nachhaltigkeit, Nächstenliebe. Das ist unsere Heimat. Das ist Sachsen. Dafür wollen wir auch in diesem Jahr gemeinsam arbeiten und dabei die Interessen der Kinder und Enkel weiter im Blick behalten. Engagieren wir alle uns dafür, dass Sachsen Familienland ist. Wer Kinder hat und haben möchte, soll in Sachsen dafür die besten Bedingungen finden. Gute Arbeit, gute Schulen sowie Ausbildungs- und Studienplätze, eine hohe Lebensqualität und viel Freiraum für Ideen und Aktives anpacken. Lassen wir uns dazu von einem ganz besonderen Jubiläum inspirieren. Im Herbst wird die friedliche Revolution 25 Jahre alt. 1989 gingen überall in Sachsen Zehntausende gegen Stasi und SED auf die Straßen, um für eine bessere Zukunft zu demonstrieren. Gerade auch für ihre Kinder. Die Generation der nach 1989 Geborenen, sie erntet heute die Früchte der Aufbauarbeit. Nie war die Jugendarbeitslosigkeit so niedrig, die Schulbildung so gut, die Chancen auf Ausbildung und Beschäftigung so attraktiv. Darüber dürfen wir uns freuen. Aber wir legen deshalb nicht die Hände in den Schoß. Wir strengen uns weiter an. Wir wollen 2014 Sachsen weiter voranbringen. Dafür, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wünsche ich uns Gesundheit, Kraft und Gottes Segen. Und dass 2014 für Sie persönlich ein gutes Jahr wird. Schidkim, Schiladoriam, Schiljonoane an, Strohe, Noe, Liter. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.